Hi, herzlich willkommen bei Fleischglück. Heute geht es mal nicht um gebratenes oder gegrilltes oder gekochtes oder irgendwie Fleisch. Heute geht es um rohes Fleisch und ich werde euch heute mein Rezept von unserem Meat Heaven Tartar einfach mal vorstellen. Wir haben lange Zeit Barbecue und Steaks gemacht. Mittlerweile probieren wir auch mal das ein oder andere schickere Menü zu kochen und wenn man eben sich Meat Heaven nennt, dann muss das auch recht fleischlastig sein und dementsprechend starten wir relativ häufig mit einem Tartar. Und das, was jetzt kommt, ist meine Version von unserem Tartar. Wenn wir über Tartar sprechen, dann muss man natürlich im ersten Moment über die Fleischauswahl sprechen. Und ich weiß, dass es immer diese Diskussion gibt, muss es denn unbedingt Filet sein, ja oder nein. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn ich ein Tartar mache, wo ich den Schwerpunkt auf dem Fleisch setzen möchte, dann macht das schon Sinn, da irgendwo ein Filet zu nehmen, zumindest mal was zu nehmen, was sehr, sehr zart ist. Mindestens ein Hüftfilet, zu viel Fett sollte auch nicht dabei sein. Natürlich müssen wir kein Mittelstück, nicht den Center Cut irgendwie klein hacken, den kann man auch wunderbar braten. Wenn wir ein Filet nehmen, dann bietet es sich an, einfach die Spitzen zu nehmen, ja. Oder wie hier so ein kleines Stückchen, was ich sehnenfrei aus der Kette, die nebendran läuft, einfach pariert habe. Und das ist die Basis für unser Tartar. Es soll wirklich zart sein. Ich will die kleinen Stücke im Mund spüren und die sollen dann aber fast auf der Zunge zergehen. Deshalb macht es hier keinen Sinn, in der Variante jetzt eine Oberschale zu nehmen, gerade wenn wir das Ganze per Hand schneiden. Denn ich finde, auch ein richtiges Tartar muss einfach mit der Hand geschnitten sein. Wenn wir es durch den Wolf lassen, dann wird es einfach nur total matschig. Und ich will wie immer das Fleisch betonen und in den Vordergrund stellen. Fangen wir mal mit dem Fleisch an, weil das braucht auch noch so zwei, drei Minuten, um danach einfach vernünftig durchzuziehen, dass das Salz sich ein bisschen verteilt. Und dementsprechend nehme ich hier einfach mein Filetstückchen, schneide mir davon jetzt erst einfach mal Scheiben runter. Ich will so eine grobe Korngröße, nennen wir es einfach mal so, haben von einem halben Zentimeter, maximal Zentimeter. Jetzt habe ich so dünne Scheiben draus gemacht. Jetzt lege ich mir die Scheiben, das muss jetzt nicht super genau sein, ja, aber ich lege die Scheiben alle einigermaßen aufeinander. Und dann habe ich eben die Scheiben hier vor mir liegen. Und jetzt schneide ich aus den Scheiben erst einmal Streifen. Immer aufpassen, dass der Finger nicht mit drin landet, aber schöne feine Streifen, das ist unser nächstes Ziel. So, und jetzt habe ich die Streifen geschnitten. Die meisten liegen jetzt so. Das heißt, ich nehme das, drücke das ein bisschen zusammen, drehe das nochmal um 90 Grad und gehe jetzt noch einmal komplett durch. Wieder mit so einem Abstand von einem halben Zentimeter. Und dann habe ich möglichst schöne, feine verteilte Würfel. So, einmal grob durchgehackt. Nochmal schauen, dass wir nichts übersehen haben. Aber ihr seht schon, das ist so relativ gleichmäßig von der Größe her. Wir haben jetzt nichts super feines, aber auch keine wirklich groben Brocken mehr drin. Ja, da ist ein bisschen Fett drin. Tartar darf eigentlich nur, ich glaube, 5 oder 7 Prozent Fett beinhalten. Das hier ist ein Restfilet von einer alten spanischen Kuh wieder gewesen. Und dementsprechend haben wir dann noch ein bisschen Fett mit drin, aber keine Seen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir wirklich alle Seen vorher ganz sauber rausparieren. Wir nehmen jetzt unser frisch geschnittenes Fleisch, geben das einfach hier in eine Schale hinein. Kratzen noch einmal das Brettchen grob ab. Das können wir alles mitnehmen. Und jetzt fangen wir an, das erste Mal zu salzen. Wir müssen auf jeden Fall in zwei oder in drei Etappen salzen. Es dauert ein bisschen, bis das Fleisch das Salz wieder aufgenommen haben. Wenn ich jetzt nur das Salz dazugebe und nach dem Salz zu geben direkt umrühre und dann probiere, dann kommt es mir sehr salzig vor. Wenn ich es dann eine halbe Stunde stehen lasse, ist das Salz eingezogen. Und dementsprechend salze ich lieber zweimal oder dreimal. Aber ein bisschen Salz drauf, ein bisschen grober Pfeffer und ein Schuss Olivenöl. Das Ganze einfach einmal ordentlich durchrühren. Nach dem ersten Mal Salz geben wir jetzt noch ein zweites Mal ein bisschen Salz rein. Wie gesagt, lieber in Etappen, sonst hat man auch schnell überwürzte Stellen. Zweimal Salz dazu. Danach ist das eigentlich schon fertig. Viel mehr passiert mit dem Fleisch jetzt gar nicht. Wie gesagt, es soll sehr puristisch sein, den Fleischgeschmack in den Vordergrund stellen. Zum Ziehen lassen stellen wir das Ganze jetzt aber trotzdem noch mal kalt. Wenn ich wirklich große Mengen mache, dann setze ich mir auch ein Eisbad und schneide das in ein Eisbad rein, damit wir einfach mit der Temperatur immer unten und immer im sicheren Bereich bleiben. Jetzt hier für das Video bei der kleinen Menge brauche ich da kein Eisbad zu machen. Ich nehme das einfach und stelle es noch mal in den Kühlschrank. Nur Salz, Pfeffer und Olivenöl, das wäre vielleicht doch ein bisschen einfach. Wir haben eben noch ein paar Toppings vorbereitet. Wir machen eine Mayo, wir machen eine Miso-Mayo und ja, ich weiß, jeder verwendet momentan Miso. Aber in dem Gericht macht es wirklich auch, finde ich, Sinn, weil es einfach so einen runden Geschmack eben das Umami noch mal verstärkt und in den Vordergrund bringt. Und es ist ein Trend-Ding und ich glaube aber, dass es ein Trend ist, der sich einfach durchsetzen wird, weil es schlichtweg lecker ist. Wir nehmen eine Schüssel. Wir nehmen ein bisschen Mayo. Wie gesagt, wenn ich ganz klassisch kochen will, dann mache ich die auch mal frisch und selbst. Aber in dem Fall haben wir jetzt einfach eine gute, fertige Mayonnaise genommen. Zu der Mayonnaise kommt ein kleines bisschen von der Miso-Paste. Das hier ist eine braune Miso-Paste. Die hat ordentlich Geschmack. Nicht zu viel, man kann da auch schnell zu viel dran haben. Ja, so ich sag mal, auf so eine Menge Mayonnaise vielleicht so eine kleine Fingerkuppe voll. Spritzer Zitronensaft. Ganz bisschen Pfeffer. Vielleicht noch so ein Mühsalz. Und dann einfach ordentlich umrühren. Mit brauner Miso geht die Farbe auch so ein bisschen natürlich ins Braune über. Man kann auch gerne eine helle Miso verwenden. Wie gesagt, da ist der Kreativität mal wieder keine Grenze gesetzt. Ich will, dass die ein bisschen dick ist. Ich gebe extra nicht mehr Flüssigkeit dazu. Weil ich will die nachher aus dem Spritzbeutel schön vorsichtig auf die Tartanocke aufbringen. Und da macht es einfach Sinn, wenn die ein bisschen mehr Stand hat. Wenn das so relativ dickflüssig ist. Und dann kann ich einfach meinen Spritzbeutel nehmen. Nehmen die Miso-Mayo. Steck die in den Spritzbeutel rein. Den Spritzbeutel, den kann man dann gut über so eine Tischkante ziehen. Dann zudrehen. Und dann kann ich den gleich vorne einfach ganz dünn anschneiden. Und habe die Möglichkeit, die Mayo schön und sauber auf meinem Tartan, auf meiner Nocke zu verteilen. Legen wir beiseite. Auch gerne kalt stellen. Und jetzt schneiden wir noch kurz die Toppings. Ganz klassisch ein bisschen Gewürzgurke, ein bisschen Schalotten. Ganz, ganz fein geschnitten. Wir schneiden uns wieder halt erst ganz dünne Scheiben. So ein bis zwei Millimeter stark. Wir brauchen gar nicht so viel. Dann schneiden wir uns aus den Scheiben wieder unsere ganz vorsichtigen Streifen. Das hier ist schon too much. Nur eine kleine Ecke. Und dann machen wir daraus schöne feine Würfel. Wenn da noch große Stückchen drin sind, die ich nicht erwischt habe als kleine Würfel, dann nehme ich die schon mal auf die Seite. Man kann auch hergehen und einfach nochmal einmal durchhacken, damit man sicher ist, dass wir wirklich eine fast einheitliche Korngröße wieder haben. Von der Korngröße her gehe ich bei den Zwiebeln und bei den Gurken schon noch ein bisschen kleiner. Ich würde eher so zwei Millimeter Kantenlänge anstreben. Ich meine, ganz genau ist das nicht. Na klar, es gibt auch Läden, da wird das irgendwie mit einem Lineal ausgemessen. Und sobald die einen Millimeter überschreiten, ist schon vorbei und muss man das Ganze nochmal machen. So wollen wir hier nicht sein. Wir sind ein bisschen rougher unterwegs, aber es soll schon eine schöne, feine Struktur haben. Soll nicht gleich so groß sein. Gerade bei den Zwiebeln kann es sonst auch zu viel werden. Einmal kurz durchgeschnitten, angeschnitten und dann machen wir auch da so ein auf zwei Millimeter Stücke draus. So, Zwiebeln haben wir. Gurken haben wir. Bereiten wir uns mal hier vorne auf. Miso Mayo haben wir fertig gemacht. Ganz klassisch gehören auch Kapern mit zu einem Tartar. Und wir haben hier einfach so eine schöne dicke Kaper genommen. Die haben wir ein bisschen austrocknen lassen. Und die standen jetzt vor allen Dingen hier noch so ein bisschen auf der warmen Platte rum. Nehmt die, lasst die abtropfen, legt die auf ein Tuch. Wenn wir eine Kaper ausfrittieren wollen, ist es besser, wenn die Kaper so trocken ist wie nur irgendwie möglich. Ich habe jetzt hier ein Öl, ganz normales Öl, irgendwas hocherhitzbares, wahrscheinlich Sonnenblumenöl oder sowas. Und messe hier mal die Temperatur. Und so eine Anfangstemperatur zum Frittieren von 150, 160 Grad ist super. Wir wollen das Öl nicht auf 200 Grad haben. Wenn wir so filigrane Sachen frittieren, dann verbrennt das bei 200 Grad relativ schnell. Maillard-Reaktion, die Röstreaktion, da wo es braun wird, die läuft bei 140, 150 Grad gut ab. Solange ich viel Wasser da drin habe, passiert nicht viel. Jetzt wird, wenn ich die Kapern in das Fett schmeiße, erstmal die Temperatur absacken. Es wird dolle schäumen. Aber irgendwann kommt die Temperatur wieder nach oben. Und den Punkt gucken wir uns dann gleich nochmal an. Wir wollen eine schön ausfrittierte Kaper haben, die wir als salzigen Spot dann am Ende noch oben auf das Tartar draufsetzen können. Wir nehmen die einfach, schmeißen die da rein. Und schon geht das los. Es fängt an zu blubbern. Die gehen so ein bisschen auf. Und jetzt nochmal ein kleiner Trick beim Frittieren. Durch die Kapern, da ist ja Wasser drin. Das Wasser verdampft, das verbraucht Energie. Also wird die Temperatur im Öl jetzt erst einmal wieder fallen. Wir hatten eben 155 Grad, als wir angefangen haben. Jetzt messe ich hier nur noch so 140 Grad. Und die Temperatur, die sollten wir möglichst lange halten. Wenn ihr bei 160 und mehr seid, dann verbrennt euch das relativ schnell. Wir wollen langsam die Feuchtigkeit aus den Kapern ausfrittieren. Dann platzen sie auf. Man muss ein bisschen aufpassen. Ihr merkt schon, ich stocke ein bisschen beim Reden. Da ist viel Essig drin in den Kapern. Der verdunstet natürlich als erstes. Und wenn man seine Schnute da direkt rüber hält, dann atmet man die ganze Zeit diese Essigdämpfe ein. Da kann man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten frittieren wir das aus. Das dauert schon so, ich sag mal, zwei, drei Minuten, bis es wirklich nicht mehr dolle blubbert. Solange das blubbert, haben wir noch viel Wasser drin. Erst wenn das Blubbern überhaupt aufhört, können wir langsam darüber nachdenken, dass die Kaper fertig frittiert ist. Wir nehmen uns dazu auch wieder hier irgendwie was zum Unterlegen. Ein Tuch, was trocken ist. Da können wir die Kapern drauflegen. Dann kann das Fett und das Öl beziehungsweise wieder schön rauslaufen. Wenn wir wieder die Ausgangstemperatur von so 155 Grad erreicht haben. Ihr seht, jetzt sind wir runter auf 130, 135. Dann haben wir auch das Wasser verbraucht, was da drin ist. Und dann ist die Kaper fertig frittiert. Fleisch ist wieder draußen aus der Kühlung. Die Kapern hören jetzt fast auf zu blubbern. Ich lasse sie noch ein bisschen drin. Ein kleiner Trick, wenn man so eine Wärmelampe hat oder wenn man das einfach vorbereitet als mise en place. 50 Grad warmer Ofen, kurz da reinstellen, da trocknen sie noch nach. Dann ziehen sie auch keine Feuchtigkeit mehr. Oder gerade unter die Wärmelampe, unter den warmen Passstellen, da trocknen die noch so ein bisschen aus. Ansonsten kann man auch gern nochmal nachmessen. Man muss einfach schauen, dass man mit der Temperatur wieder nach oben kommt. Wie gesagt, die Temperatur, die sackt ein bisschen ab. Die geht dann irgendwann durch das Wasser runter auf so 120, 130 Grad. Und wenn die dann wieder hochkommt, wie man jetzt sieht bei 140, 150 Grad, dann sind die Kapern im Regelfall auch fertig frittiert. Wir nehmen die, schöpfen die einfach ab. Das Öl kann man bei den nächsten Kapern auch nochmal nehmen. Ich bin ganz ehrlich, wenn es ein bisschen heißer ist, dann poppen sie ein bisschen besser auf. Dann kriegen sie noch mehr diesen Blüten-Effekt. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass dieser Topfboden hier schon leicht schief ist. Und dadurch, dass der leicht schief ist, nimmt er nicht mehr ganz so gut die Power von der Platte auf. So, die dürfen einfach da liegen. Dürfen jetzt noch so ein bisschen das Öl wieder verlieren. Und wir kümmern uns nochmal um unser Fleisch. Ja, jetzt ist auch der Punkt gekommen, wo wir definitiv das Fleisch einfach nochmal abschmecken müssen. Und wie immer, es hat einfach nochmal Salz gezogen. Wir können nochmal kurz nachsalzen. Ich habe auch vorhin noch so eine kleine Prise Zucker vergessen, die dazu geht. Zucker ist auch ein super Geschmacksverstärker. Wir rühren das Ganze nochmal ordentlich um und dann können wir auch schon anrichten. Entweder wir machen so kleine schöne Nocken da draus oder wir nehmen uns halt so einen Servierring und machen irgendwie den Kapernberg. Man kann auch das Ganze einfach ein bisschen rustikal machen und einfach die Kapern auf, oder beziehungsweise das Tatar als Berg auf den Teller legen. Aber ich probiere mich nochmal an so einer Nocke heute. Wir nehmen einfach zwei Löffel. Wenn man so viel nimmt, wie man auf zwei Löffel gerade mal drauf bekommt, dann ist man bei so ungefähr 50 Gramm über den Daumen. Das hat die Erfahrung gezeigt. Und jetzt probiere ich dem so ein bisschen eine kompakte Struktur zu geben. War ein bisschen viel, ist wahrscheinlich mehr als 50 Gramm hier gerade. Ein bisschen die Form geben. Dann das Ganze schön mittig auf dem Teller platzieren. Jetzt schnappe ich mir meine Miso-Mayo. Mache hier vorne ein ganz kleines Löchlein rein. Wenn man es ganz sauber haben will, fällt mir gerade ein, dann nehmen wir einfach die Nocke noch mal kurz runter und richten die Soße hier an. Können jetzt schön von rechts nach links da so einen Strich drüber machen. Das macht auch nichts, wenn man jetzt ein bisschen daneben kleckert, weil es bleibt ja sowieso da drauf liegen. Dann nehmen wir unsere Gurken. Dann noch die paar Zwiebeln dazu. Dann können wir das Teil nehmen. Setzen das wieder auf den Teller. Und dann ein ganz wichtiger Tipp. Die Kapern, die geben wir jetzt ganz am Schluss drauf. Erst wenn wir es servieren wollen, weil natürlich haben wir hier Feuchtigkeit drin. Und wenn die Kaper die Feuchtigkeit wieder aufzieht, dann geht uns der Crunch so ein bisschen verloren. Und ich suche mir jetzt natürlich hier die schönsten Blüten aus, die schön aufgegangen sind. Aber drei schöne Kapern oben drauf. Und dann ist unser Tata fertig. Wunderbare Geschichte. Nicht ganz kurz vorher aus dem Kühlschrank holen. Hat jetzt noch ein bisschen Standzeit. Macht überhaupt nichts, wenn die Temperatur nicht mehr bei 5 Grad ist, sondern bei 10, 15 Grad ist. Dann schmeckt man noch ein bisschen mehr. Und so servieren wir das mit ein kleinem bisschen Brot dazu. Wir sagen einfach mal guten Appetit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, auch von eigentlich einem Nicht-Koch-Was-Gekochtes, dann lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.